Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,4 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, ich finde es etwas schwierig über dieses Kleid eine Rezension zu verfassen, es ist an und für sich ganz nett. Jedoch konnte es meinen Erwartungen nicht standhalten. Ich habe mich darauf eingestellt, dass das von Boden abgekupferte Design in einer schlechteren Qualität ausgeführt wird, dafür kostet es immerhin auch nur ein Drittel des Preises. Aber die erhaltene Ausführung gefällt an mehreren Punkten nicht. Der Stoff ist sehr dünn, die Farben sind nicht sehr schön und bleichen bei der Wäsche recht schnell ein wenig aus. Die Proportionen der Vögel hauen nicht hin, sie sind in einer eher unschönen Weise verzogen. Die Verarbeitung der Nähte ist gerade so ausreichend. Der Schnitt erinnert eher an ein Nachthemd. Alles in allem ist es dennoch ein recht niedliches Kleid, welches eher wie ein Nachthemd wirkt und dem man die nicht hochwertige Qualität anmerkt und ansieht. Für den hierfür doch recht hohen Preis von 15,99 Euro bekommt man zwar kein Original-Boden-Kleid, aber doch schöne hochwertigere Kleider anderer Marken. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung. Danke. Danke.